Schießt im Rücken in den Rücken du Arsch von mir hier bringt dieses Schwertkombus die Schwertkombus sind auch wieder möglich aber irgendwie halt wie gesagt bringen die nicht so viel wie ein Warrior Within auch scheiß drauf wie das ausgesprochen wird es mir doch jetzt egal also noch mal um ja ich glaube ja auch hier genau okay und dritte 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 und springen und so und und loslassen und das hier macht ein was zu Ende macht zu der Lüge was zu Stattdaten dann war ich in diesem Raum stehen in den Ball weil hier ja die Mieter und links an das Ende doch genau jetzt hier es ist ein Schulhaus für als Bewerber um Komme ich da einfach so rüber? Wehe, wenn nicht. Okay, ich komme einfach so rüber. Ähm, ja, Speedkills kann man aus tausend Situationen machen. Wie zum Beispiel, hier zu sehen. Jetzt. Ah! Wie gesagt, ich bin total schlecht noch darin. Ich hoffe, es ändert sich, aber zur Zeit bin ich da echt schlecht drin. Wieso lebst du noch? Hallo? So kann ich sagen. Ich will zurückspulen können, ganz ehrlich, Leute. Das macht Prince of Persia aus. Braucht das. Okay, zwei Gegner. Wie gesagt, das war jetzt schon eine andere Kombination. Noch eine andere Kombination, die ich nicht kenne und somit das Ganze ganz viel schwerer macht. Okay, nur ein Stoß. Okay, das war ja leicht. Wie gesagt, wenn das immer eine andere Kombination kommt, dann habe ich keine Ahnung, wann ich drücken muss und das macht es richtig schwer, das richtig zu machen. Leute, das kann ich ja sagen. Ja, zu spät. Nee, doch nicht. Ich habe Glück. Wie gesagt, wenn man zu spät drückt, ist auch vorbei. Wenn man zu früh drückt, ist auch vorbei. Ja, aber... Durch der Banken. Was haben wir hier? Okay, da geht es anscheinend weiter, da nicht. Okay. Äh, Wasser, trinken. Ja, genau. Soll ich hier... Ja, das nicht. Soll ich hier, danke? An dieser Stelle weitererzählen. Äh... Ich würde mal das Fail nennen. Ja, ich nenne das jetzt einfach nur Fail, okay? Verdammt! Nochmal, wie komme ich denn da hin? Hä? Wie komme ich? Hä? Okay. Ähm... Was verlangt der von mir? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein. Oh, das war knapp. Ich will den da aber noch haben. Ja! Fick doch! Und stirb! Nein, zu früh! Verdammt! Stirb! Mein Freund. Gib mir dein Schwert, danke. Gott! Wie gesagt, das ist eigentlich ziemlich geiles Kampfsystem, aber, äh... Ich muss mich damit erst noch irgendwie zurechtfinden, Leute. Ich werde da voll failen. Und das gebe ich offen gern zu. Was soll der Scheiß? Du sollst da hochlaufen, du Vollidiot! Da geht's gar nicht weiter, ne? Das ist ja wunderbar. Ja, das hab ich mir jetzt schon gedacht. Äh... Ja, das war jetzt nicht unbedingt geplant. Um ehrlich zu sein. Verdammt. Na, das darf ich den Scheiß nochmal machen, ne? Hätte ich mir fast denken können. Naja, egal. Ja, da darf ich mich nicht sehen, ich weiß. Ich will den da haben. Den da, genau den. Zu früh gekriegt, das war so klar. Hinter der Wand verstecken, bitte. Danke. Alter! Darf ich doch noch mal treibst, Alter? Entschuldigung! Keine Absicht! Oh, ich hab den, glaub ich, sogar darunter geworfen. Naja, egal. Da liegt der jetzt tot auf dem... Ne, der ist nicht tot. Doch, der ist tot. Ach, keine Ahnung. Ob der jetzt tot ist oder nicht, ist mir loyal. Hauptsache, der Antwort nicht mehr. So, so sich nur noch... Gucken, wie ich hier hochkomme. Okay, hier geht's halt so lang. Schön. Und jetzt würde ich gerne gucken, wo ich hinlaufen muss. Danke, da hin. Wo ist die freundliche Asche? Wer verkauft jetzt an ihrer Stadt Obst und Blumen? Und die streunenden Kinder, die nichts als Schämereien im Kopf haben. Fort. Alle fort. Nicht fort, tot. Nicht. Ach, egal. Ähm. Ja. Das sind zwei. Ich hab das... Ja, jetzt dreht er sich um. Okay. Jetzt hab ich das befürchtet. Geht das eigentlich immer noch? Oh ja, es funktioniert ganz schön. Oh. Jämmerlich. Ach, egal. Aber ja, ich nimm meins mit. Vorsichtshalber. Brauch kein Scheiß, mein Held. Mein toller Prinz. Oh doch. Oh, du Prinz. Du Herr aller schlaflosen Träume oder so ähnlich. Ja, genau. Ganz meine Meinung. Ähm. Dahin bitte. Danke. Und darüber bitte auch. Ja, genau. Ja. Ach du Scheiße. War ich jetzt eigentlich gar nicht so vorbereitet? Egal. Egal. Schaffen wir. Ja, Leute. Ein weiterer Einblick in das, was uns bevorstehen wird. Ja. Und damit war's, was wir jetzt. Ich wünsch euch viel Spaß mit den Videos. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Äh, hier geht's nächstes Mal weiter. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.